Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Kata. Hallo! Und heute spielen wir eine richtig coole Height-and-Sieg-Runde. Wir spielen heute nämlich ein Bananen-Height-and-Sieg. Das ist so cool. Und schau mal Kata, wenn ich dich suche, dann habe ich hier das Schwertchen. Und du kannst dich als kleine Banane verstecken. Das wird so doll lustig. Und Moment mal, wer soll denn anfangen mit suchen? Ich denke, ich sollte zuerst suchen. Oh, okay Kata, das heißt, du bekommst zuerst mal das Schwertchen. Bitte schön. Und ich werde zu klein Banane. Das wird so süß aussehen. Oh, hallo Kata, ich bin eine Banane. Oh, du siehst so süß aus, Epic. Oh, danke schön, das ist so doll lustig. Ich bin einfach eine Banane und kann mich wirklich richtig doll gut verstecken. Darf ich dich anknabbern? Okay. Nein, Kata, aua, Moment mal. Du kannst dich jetzt umdrehen und du darfst auf keinen Fall spickeln, dass du nicht siehst, wo ich mich verstecke. Okay, bitte umdrehen, Kata. Und ich gehe mich jetzt als kleine Banane verstecken. Das wird so cool, okay. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Bananen stehen. Oh, das ist so lustig. Dann ist hier ein richtig, richtig hoher Berg. Na gut, Moment mal. Man kann hier unten auch reingehen. Das ist ja cool. Und warte mal, hier kann man auch reingehen. Oh, ich werde mir so ein doll gutes Versteck aussuchen, wo die liebe Kata mich niemals finden wird. Ich bin einfach eine kleine Banane. Und Moment mal, hier kann man sich überall auch richtig gut verstecken. Und hier gibt es sogar ein kleines Häuschen. Wie cool ist das denn? Da kann man reingehen. Das sieht so doll schön aus. Dann geht es hier weiter. Und was haben wir hier? Oh, hier wäre auch wirklich richtig doll gute Verstecke. Ich habe eine richtig doll gute Idee. Moment mal. Ich gehe hier entlang. Dann gehe ich hier entlang. Kata? Was denn? Du wirst mich nie, nie, niemals finden. Moment mal. Oh nein. Ich kann hier leider nicht nach oben. Okay, warte mal. Ich könnte mich auch hier hinter verstecken. Das wäre nice. So und so und so. Moment mal. Ich verstecke mich ganz genau hier hinter. Okay, Kata. Du kannst mich suchen. Oh, okay. Warte mal. Dann lege ich jetzt los. Und wo bist du, du kleine Banane? Moment mal. Ich springe jetzt hier erst mal runter. Ah, das ist jetzt schon schwierig. Okay, hier geht es lang. Hier geht es auch lang. Banane. Hallo, Kata. Ich werde dich bestimmt gleich... Habe ich dich da gerade gesehen? Nein. Ja nicht. Hier musst du doch irgendwo sein. Warte mal. Hä? Hier sind Mülltonnen. Wo bist du denn hier? Du bist bestimmt noch weiter oben. Moment mal. Ja, hier kann man hin. Und hier kann man hin. Bist du hier? Liegst du hier, du kleine Banane? Aber hier liegst du gar nicht. Und sehe dich hier auch von gar nicht. Und siehst du mich irgendwie? Nein. Nein, ich bin ich. Ouchi. Ach, Mann. So cool. Ich habe dich da oben gesehen, Kata. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich dachte, ich sehe dich da gar nicht. Und dann warst du einfach unter mir. Oh, so lustig. Und Moment mal, Epic. Ich gehe hier hoch. Und du bist gleich keine Banane mehr. Oh, ja. Jetzt bin ich dran mit suchen, Kata. Das heißt, ich kriege das Schwertchen. Und jetzt wirst du eine kleine Banane. Yay. Hallo, du kleine Banane. Oh, hi. Guck mal, wie süß ich aussehe. Oh, das stimmt. So lustig. Okay, Kata. Ich stelle mich jetzt hier hin. Und du kannst dich verstecken. Viel Spaß. Nicht schmicken. Tata. Nein, 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 nein. Und Kata. Was denn? Man kann sich wirklich richtig, richtig doll gut verstecken als Banane. Ich bin wirklich so doll gespannt. Das ist so lustig. Oh, das häusern sieht da richtig süß aus. Oh, das stimmt. Und Epic, ich werde mich so gut verstecken, dass du mich niemals finden wirst. Das wird so fies. Ey, was soll das denn heißen? Ich werde dich sofort finden, du kleine Banane. Hm, okay, mal sehen. Ich bin nämlich jetzt versteckt. Oh, sehr gut. Okay, dann nehme ich mein Schwertchen und ich gehe dich suchen. Okay, hier bist du schon mal nicht versteckt. Vielleicht sehe ich die schon von hier oben, aber nein, ich glaube nicht. Okay, hier ist keine kleine Banane. Dann gehe ich erst mal hier entlang. Okay, warte mal. Hier bist du auch nicht. Moment mal, Kata. Wo bist du denn, du kleine Banane? Dann gehe ich hier entlang. Vielleicht bist du hier irgendwo in einer kleinen Hülle drin, aber hier sehe ich dich auch nicht. Oh, Kata. Und hier bist du, glaube ich, auch nicht. Nein, 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 okay. Kata. Was? Moment mal, habe ich dich da gerade gesehen? Ich sehe dich da hinten. Du siehst mich nicht. Du kleine Banane, du bist hier hinten hingelaufen. Und warte mal, Kata, bist du hier? Hier bist du auch nicht? Ich glaube, ich habe dich gerade gesehen insgesamt. Du hast mich nicht gesehen. Doch, du bist eine kleine Schummler-Banane. Nee, ich bin keine Schummler-Banane. Ich bin eine richtig liebe und nette Banane. Du Schummler-Banane, ich habe dich ganz genau gesehen gehabt. Okay, warte mal. Bist du hier irgendwo? Da, ich sehe dich, du Schummler-Banane. Ich kriege dich. Moment mal, du bist weggeschnetzelt. Und bitte stehenbleiben, Kata. So und so und so. Ich bekomme dich. Ciao, ciao. Zack, 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 zack. Bitte stehenbleiben, nicht wegrennen. Und zack, und zack. Ich habe dich. Oh, so nice, Kata. Ich habe dich gefunden. Das hat richtig doll viel Spaß gemacht. Oh, stimmt. Oh, du hast mich so schnell gefunden. Oh, so cool, Kata. Okay, jetzt bist du wieder dran mit suchen. Und ich werde jetzt zur Banane. Du bist so süße Banane. Yay. Hallöchen. Hi, Banane. Okay, Kata. Du bist jetzt das Schwertchen. Und du kannst dich jetzt hier hinstellen. Und ich gebe mich verstecken. Bye, bye. Hey, umdrehen. Ich bleibe so sitzen, okay? Okay. Und nicht schummeln, Kata, ja? Hey, du schmickst ja. Nein, ich schimmel nicht. Kata. Ich bleibe hier sitzen. Okay, ich gebe mich jetzt verstecken. So und so und so. Ich werde mir jetzt wirklich ein richtig, richtig gutes Versteck raussuchen, wo du mich nie, 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 nie im Leben finden wirst. Warte mal, dann geht es hier entlang. Werde ich wohl finden. Dann geht es hier entlang. So und so. Okay, Moment mal. Ich bin versteckt, Katja. Du kannst mich suchen. Jetzt geht's los. Okay. Sehe ich dich von hier schon? Aber nein, ich sehe hier gar kein Epic. Okay. Hm. Dann gehe ich jetzt hier mal nach unten. Und warte mal. Bist du vielleicht hier direkt so am Spawn? Das könnte schon gut sein. Und ich höre ein Kätzchen. Ach, mein Katja, du siehst mich niemals. Ich sehe dich bestimmt gleich. Warte mal. Hier kann man schön hochspringen. Und hier gibt es aber nicht so viel insgesamt. Und ich sehe dich gar nicht. Dann kann ich hier auch hin. Vielleicht bist du im Häuslein. Das wird sein. Oh, oh. Moment mal. So und so. Ah, äh, da bist du gar nicht. Tihi, Katja. Bist du der Wildtonne? Das wäre lustig. Ey, Moment mal. Du wirst mich nie, nie, niemals im Leben finden, Katja. Doch, Epic. Irgendwann werde ich dich finden. Ich werde nie aufgeben, dich zu suchen. Okay. Hm. Dann geht's hier hoch und so und zack. Ach, Mann. Wo könntest du dich versteckt haben? Irgendwo oben oder so. Vielleicht bist du auch auf einem Dach oder so. Und hm. Ich sehe dich hier weit und breit gar nicht. Tihi, auch so nice. Mein Versteck ist wirklich richtig doll gut. Und siehst du mich? Hm, vielleicht. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wo könntest du sein? Wo könntest du sein? Vielleicht bist du hinter dem Häuslein. Das könnte auch noch möglich sein. Hm. Dann geht's hier die Rampe hoch und dann geht's hier die Rampe hoch. Bist du... Nee, da bist du nicht, oder? Oder? Da hätte ich dich doch gesehen. Katja, soll ich dir einen kleinen Tipp geben, wo ich mich versteckt habe? Ja. Hm, ich habe mich irgendwo oben versteckt. Okay, also entweder bist du ganz da hinten oder du bist hier irgendwo. Aber hier sehe ich dich echt nicht. Hier war ich ja auch schon. Bist du hier drauf oder so? Und hier bist du auch nicht. Bist du hier hinten drauf? Aber hier bist du auch... Hier bist du! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weg hier. Aua, nein, 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 nein. Nicht mich. Ach, Mann. Das war so ein gutes Versteck, Katja. Oh, so cool. Oh, stimmt. Ich habe dich da gar nicht gesehen. Ich dachte, du wärst da hinten oder so. Aha, ist so nice. Okay, Katja. Jetzt bist du wieder dran mit Verstecken. Und ich kann dich suchen. Und du wirst so klein Banane. Oh, ich mag es, eine Banane zu sein. Und guck mal, du bekommst hier das Schwertchen. Und ich werde es zu süßen geben, Banane. Oh, ja. Hallo. Oh, hallo, du kleine Banane. Okay, Katja. Ich stelle mich jetzt wieder hier hin. Und du kannst dich verstecken. Viel Spaß. Tschüssi, die Düse. Aua. Bye, bye. Epic. Ja. Ich habe noch ein gutes Versteck gefunden. Oh, ich bin so gespannt. Okay, kann ich dich suchen? Ja, kannst du. Okay, wo bist du, du kleine Banane? Oh, oh. Nicht so richtig. Dann gehe ich erstmal hier entlang. Okay, warte mal. Wo hast du dich versteckt? Vielleicht bist du auch im Haus. Vielleicht bin ich wirklich im Haus. So und so und so. Hallo, kleine Banane. Und nein, ich glaube, du bist hier nicht im Haus. Ach mal. Und hier bist du auch nicht. Okay, Moment mal. Hier bist du auch nirgendwo. Und hier bist du auch nicht. Okay, Katja. Ich glaube, im Haus bist du schon mal nicht. Dann geht es hier weiter. So und so und so. Hallo, Katja. Und Moment mal. Wo bist du? Ich habe dich noch gar nicht gesehen. Warte mal. Bist du ja unten irgendwo, aber nein, ich glaube, da bist du auch nicht. Okay, okay. Dann geht es hier weiter und es geht hier weiter. Katja, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich weiß auch nicht, wo du bist. Ach man. Moment mal. Hier oben bist du schon mal nicht. Vielleicht hast du dich hier hinten auf den Bananen versteckt. Und hopps, dann geht es hier rüber. Und dann geht es hier weiter rüber. Nein, hier bist du auch nicht. Okay. Hast du dich hier unten irgendwo versteckt? Hallo, du kleine Banane. Aber nein, da bist du auch nicht. Und hier bist du auch nicht. Ach, Katja. Vielleicht bin ich ja auch direkt am Spawn. Moment mal. Hast du dich hier irgendwo versteckt? Aber nein. Vielleicht aber auch nicht. Hier bist du auch nirgendwo. Hier bist du auch nirgendwo. Katja, was soll das denn? Kannst du mir einen kleinen Tipp geben insgesamt? Also ich bin schon unten irgendwo. Okay. Du bist unten irgendwo. Dann geht es hier hinten rein. Dann geht es hier weiter. Oh, zack. Oh, zack. Bist du hier irgendwo? Aber ich sehe dich hier auch, weil du brennst dazu gar nicht. Dann geht es hier weiter über die Rampe. Und nein, hier habe ich auch schon geschaut. Und hier oben kann es ja auch nicht sein. Ja, weil du unten irgendwo bist. Aber ich sehe dich hier weit und breit ganz gar nicht. Moment mal. Äh. Ich sehe da Füße. Füße? Katja. Äh, du siehst, wo siehst du Füße? Da vorne. Wo? Katja. Moment mal. Schnell abhauen. Nein. Ich sehe dich, du kleine Banane. Zack und zack und zack. Steh, bleib, steh, bleib. Und ich hab dich. Was ist denn hier los? Deine Füße haben auf der anderen Seite durchgeschaut. Ach Mann. Hättest du meine Füße leider nicht gesehen, dann hättest du mich bestimmt nie gefunden. Oh, das Bananenheit im Sieg hat so doll viel Spaß gemacht. Du hattest wirklich richtig doll gute Verstecke. Das war so cool. Du hattest auch richtig gute Verstecke als Banane. Das war echt super nice. Oh ja. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.